Ja, guten Morgen zusammen! Heute sind wir in Vallarta angekommen, das erste Mal an der Pazifikküste von Mexiko. Was euch erwartet, gleich nach dem Intro! Ja, was für ein schöner Morgen! Ich sehe hier hinten die Sonne aufgehen, hier wunderschön das Meer, ein kleiner Berg da hinten. Ich freue mich schon richtig, denn heute geht es mit dem Squat durch Mexiko. Ich lasse mich jetzt echt ein bisschen überraschen, die Beschreibung hat sich so angehört, als würde ich schon von hier mit dem Squat losfahren, durch die Stadt, in die Berge, an eine Bucht, dort eine Pause und dann wieder zurück. Ich glaube nicht, dass wir wirklich vier Stunden mit dem Squat herumfahren, also kann es sein, dass wir mit dem Bus vielleicht dorthin fahren und dann in die Berge. Ich habe keine Ahnung, ich lasse mich echt einfach überraschen. Ich freue mich schon jetzt richtig darauf, von dem her, ich hoffe, ich bekomme einen Helm mit einer GoPro Halterung oder darf eine eigene Haltung an einen Helm dran machen und dann schauen wir einfach, was ich für euch finde. Also viel Spass! Ich bin mir da, ich bin mir da, ich bin mir da, ich bin mir da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und der hat hier vieles zerstört, deshalb ist zum Beispiel auch die eine Brücke da unten immer noch zerstört und man kann halt nicht weitergehen. Ja, ist natürlich sehr schade, aber die Naturgewalt ist nun mal auch überall präsent. Ja, sonst ist es jetzt das langsam so gewesen von der Region hier. Ich bin jetzt einmal rundherum gegangen, es gibt ein riesengroßes Restaurant. Ich gehe davon aus, dass das eigentlich das Ziel ist, dass man hier Sachen konsumiert. Ja, ich gehe davon aus, in etwa 20 Minuten geht es zurück. Mal schauen, ob ich noch was finde für euch und dann sonst wieder die Rückfahrt. Bis nachher. Mal schauen, ob ich noch was finde ich. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020